Hallihallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren GoF2DM oder MoF2 Gameplay Kommentar hier in meinem Kanal mein Name ist immer noch Roden ähm auch dabei habe ich heute meinen Krebs der die Creme in der Hand hält ja nicht ganz nein ich spiele heute mit der AK 47 Stahl gedämpft äh als Sekunde weiß ich gar nicht was ich dabei habe ich vermute mal Shotgun oder PP2000 haben die auch Stahl gedämpft ähm ja am Anfang habt ihr gleich mal erst den krassen Aiming-Fell gesehen und ähm höre jetzt hier dafür den Kerl und der bekommt von mir natürlich auch eine schön reingeranzt auch wenn er die AK äh zeige ich schon AK die G18 Akimbo hier schön benutzt die überhaupt nicht nur wirklich ähm ja was habe ich heute dabei ähm die Claymore wie ihr schon sehen könnt dazu Plünderer Pro ich glaube Feuerkraft Pro und Ninier Pro um die Gegner gleich aus größeren Entfernungen schneller und leichter zu hören Plündern natürlich um meine Klammers wieder aufzufüllen und natürlich auch die Munition und ähm ja was kann ich zu diesem Match sagen jetzt im Voraus schon mal ähm es ist ein einigermaßen gutes Gameplay geworden wobei wie immer halt am Ende hin die ganze Soundaufnahme mal wieder total im Arsch geworden ist im Arsch geworden ist ähm aber die kommt ja dann eh immer ein bisschen äh nieder zurückgesetzt äh in die als Videodatei in die Videospur und während auf mich hier jetzt er gesnipet wird aber ziemlich schlecht wahrscheinlich war das dann WA-2000 spasst die haben eh nix drauf meistens weil da brauchst du 400 Schüsse auf äh irgendwo in den Kopf rein und dann fängt er mal langsam an um sich leicht an dem Boden zu genießen ähm und ja jetzt haben sie gerade gesehen meine erste Abschlussserie ist natürlich standmäßig für Freifreality Predator Drohne ähm und mit dem erwische ich glaube ich auch sogar einen ach nicht mal hätte ich jetzt nicht gedacht dafür kommt da so ein schöner netter Kerl vorbei den ich mir natürlich holen da ist übrigens schon wieder Freddy ich glaube den habe ich vorher gerade geschützt fällt mir gerade auf und jetzt brauche ich noch einen Kill für meine nächste Abschlussserie das ist nämlich der Harry und wenn ich den habe ist eigentlich die Atombombe so gut wie sicher wenn ich sie dabei gehabt hätte ähm so leider nicht ganz ähm denn ich habe den Payflow natürlich noch dabei ja standardmäßig für frei für alle ok ich weiß jetzt auch gar nicht wenn ich den nächsten Kill mache oder ob ich überhaupt ihn noch zusammen bekomme und ich habe das Gameplay jetzt noch gar nicht fertig angeschaut aber dafür setze ich jetzt hier mal wieder den Claimor hin und holen wir jetzt hier meinen Harry ab dann lege ich mich bisschen ins Gras und setze den natürlich gleich sofort ein und irgendwie habe ich das Gefühl dass der doch ein bisschen was bekommt ja und seht mal auch schon wieder den Freddy ja den habe ich heute besonders gern und jetzt höre ich dass da irgendwo ein Cap Package gefordert wird in der Zwischenzeit bekomme ich den Payflow durch meinen ähm ja dank meines super tollen Harrier geschützt Teil des Dings und dann sehe ich den dieses super geschützt muss ich mir natürlich auch noch holen und ja im Moment bin ich in Führung das ist natürlich die Frage wie lang ähm aber solange man eigentlich einen Harrier oben hat ist das immer ganz gut und der Fakt ist mit Sicherheit warum habe ich nicht gleich den Payflow eingesetzt ähm da kann ich euch das Tipp mit auf den Weg geben auch wenn das mit Sicherheit schon 5 Milliarden Jahre alt ist und hier seht ihr mal dass ich überhaupt nicht mit der Barrett umgehen kann ähm ja und zwar der Payflow solange der Harry da ist von dir bringt dir der Payflow eigentlich nicht wirklich was weil die sich sonst eigentlich nur im Weg rumstehen das heißt es kann ja immer nur einer killen und so hast du dann zwei nacheinander und da hast du dann definitiv einen Vorteil und da habe ich jetzt gerade gehört dass der einen Taktikeinstieg äh wieder gelegt hat beziehungsweise den Taktikeinstieg habe ich halt gehört und dann habe ich gleich eine Flashbang da hinterher geworfen und der Kerl konnte sich nicht mehr wägen so jetzt habe ich meine Central Gun da aufgestellt den Claymore hinterher und den Payflow natürlich auch hoch und jetzt ist das Ding hier eigentlich so gut wie aufgesichert also da vorne kann keiner durch da snipe ich noch ein bisschen rüber ich probiere es zumindestens ähm und von links und von oben eigentlich alles abgesichert und da habe ich mir gedacht kann ich eigentlich weiter gehen und ihr seht schon mein Payflow ballert hier zwar ganz schön rum aber wirklich treffen auch jetzt mal ein bisschen aber naja also halb ich schon bessere Runden erlebt mit dem Kerl naja vielleicht war er ein bisschen angetrunken muss man nachsichtig sein so und dafür hole ich mir hier vorne wieder einen neuen Gegner der jetzt zu meiner Abschlussliste gehört ähm folgt mir hier immer wenn jemand Neues dazu kommen will und jetzt höre ich da wieder ein ähm leider mit Herzschlag Sensor ja ihr seid ja richtige Pros möchte man fast meinen hier ähm aber nun gut ihr seht schon die Gegner die Gegner sind schön am Campen mit Herzschlag Sensor und so also Heartbeat Sensor ähm naja ich weiß auch nicht was man jetzt dazu groß sagen soll das ist äh meisterliche Leistung die man so sehr selten sieht also soll es unbedingt mehr geben also so Herzschlag Sensor, Kommando also eiskalt in die Ecke Camper habe ich kein Problem damit wenn es da ein bisschen mehr gibt doch habe ich so Beispiel wie der Kerl da also die könnten wir im Prinzip alle mal hübsch äh ja da die können Black Ops spielen von mir aus da ja da sind sie richtig aufgehoben aber MW2 sollen die mal hübsch verpüssen und bei MW3 sollen sie erst gar nicht auftauchen so jetzt ist natürlich hier die Frage ich habe den Kerl hochgelaufen sehen da jetzt weiß ich leider nicht eben wo der ist und dann mache ich hier den krassen Messerfail und äh das hat mich ein bisschen aufgeregt ähm ich weiß jetzt nicht ob ich mir den Kerl auch noch holen werde normalerweise wäre ich in so einer Situation auf Rache aus ähm wenn man mal richtig überlegt ach schau dir mal das an der hockt da rum ey es ist echt krass oder Leute mit Granatwerfer hockt der an einem Baum rum und wartet bis jemand vorbeikommt ey es ist äh das macht richtig Spaß so ein Matchchen naja das habe ich kommentiert weil ich kein anderes mehr habe jetzt haben wir den Kerl uns geholt wobei das nicht der war der mich vorher getötet hat dafür bekommt dieser Eingang hier eine Klemmer eingesetzt das heißt jetzt kann hier schon keiner mehr ein neuer hochkommen und jetzt sehe ich da drüben glaube ich ein und komme aber natürlich nicht so ganz hin und jetzt hat meine Klemmer wieder einen Kill gemacht und dann steppe ich durch die Predator ja ist ja natürlich super ähm ich werde hier ein bisschen angefragt doch jetzt brauche ich ihn nur noch einen Kill nach diesem schönen Dude Last Stand Noob oder Eliminator setze jetzt hier meine Klemmer und sehe jetzt da vorne eigentlich gleich jemanden der in Eliminator liegt der Scheißnoobs möchte den noch abknallen aber meine Klemmer ist schneller ähm damit endet das Match und zwar 30 zu ich glaube 5 ich muss mal kurz nachschauen ich denke schon es müsste ein 30 zu 5 gewesen sein ja genau ein 30 zu 5 auf Rundown mit der AK 47 ich hoffe es hat euch gefallen ähm wenn ja bitte bewertet es gut gebt mir einen Daumen nach oben abonnieren kommentieren und ähm ja wir sehen uns beim nächsten Video bis dahin Tschaußen